Hallo, ich bin Luca, ich bin 16 Jahre alt und gerade bin ich Schülerin am Einstein-Gymnasium in Kehl und ich bin Teil der Queen-Gruppe hier, die mit der Stadt heute so eine Aktion am Tag gegen Homophobie und Transphobie machen. Hier machen wir so eine Aktion, wo wir mit Kreide auf dem Boden malen und Cocktails verteilen. Ich finde generell auch in der Queen-Gruppe, es ist so eine Safe Space für jüngere Leute, auch Leute zum Beispiel, die sich nicht unbedingt outen können oder sowas, dass sie trotzdem einen Ort haben, wo sie drüber reden können. Und ich glaube, mir ist das auch wichtig, weil es halt wirklich immer noch zu viele Leute gibt, die in ihren Familien einfach Probleme haben und sowas deswegen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, das zu thematisieren und zur Normalität zu machen. und wir machen noch etwas DevOps, das gibt ein wenigoi Mal mit daddyčkos zu machen und und dann o tailским Tagesern mit ihm auch wirklich. Ich habe gerne diese Eins幅. Und dann finden Sie das große Herausforderung. Und dann erwach huntingün Pie Guide zu irgendwelchen wonen. Vielen Dank.